Ich unterstütze diese Kampagne, weil vor allem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr stark getroffen wurden von dieser Krise. Und es ist wichtig, dass vor allem die Arbeitnehmer und auch Arbeitnehmerinnen sich jetzt strikt an die Regeln halten, um somit eine zweite Welle effektiv zu vermeiden. Diese Geste heisst für mich, so oft wie möglich Hände waschen, Abstand halten und Mundschutz tragen. Untertitelung. BR 2018